Sie ist wieder motiviert. Angelina Panek, 30, verkündete im September die Geburt ihres zweiten Kindes. Gemeinsam mit Ehemann Sebastian Panek, 36, erfreut sie sich seither an ihrem Sohn und an ihrer Tochter. Nach der Entbindung gönnte sich die kleine Familie eine Social-Media-Auszeit. Aber mittlerweile teilt die Influencerin wieder fleißig Einblicke aus ihrem derzeitigen Leben. Nun erzählte sie, Angelina will jetzt wieder Sport machen. In ihrer Instagram-Story ließ sie ihre Follower an ihrer Motivation teilhaben und erklärte enthusiastisch, wir werden im Garten ein bisschen Sport machen. Sie, ihr Schwiegervater und Sebastian wollen gemeinsam sporteln. Angelina hatte zuvor eine längere Zeit ihre Trainingseinheiten pausiert. Ich habe mal nachgeschaut, mein letztes Mal Sport ist zweieinhalb Jahre her. Zwei Schwangerschaften später lege ich jetzt wieder los. Vor und während ihrer ersten Schwangerschaft machte die heutige Zweifach-Mama noch regelmäßig Sport und präsentierte ihre Trainingserfolge nur allzu gerne im Netz. Nun scheint Angelina wieder zurück zu ihrer Routine finden zu wollen. Ich habe J砌 hierher. Hey! Ich war der Brüttember im Garten.